Es fühlt sich echt so ein bisschen Back to the Roots mäßig an. Ich mache keine Newcomer-Reactions oder irgendwas. Aber wenn ihr einen Track habt, wo ihr denkt, ey, der würde Flo gefallen, schreibt mir gerne auf Instagram, Freunde. Ich schaue da regelmäßig in meine DMs und gucke, dass ich da alles mitbekomme. Viele von euch haben sich das gewünscht von Capital und Angie. Unter Verdacht, produziert von Hiku und Dinsky. Die Beat-Producer sagen mir nichts. Angie hat ja vor kurzem auf Capitals Channel released und ist, soweit ich weiß, bei ihm gesigned. Das habe ich mitbekommen. Aber jetzt durch diesen Song sollte es ja auch nochmal offiziell bestätigt sein dann. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, Freunde. Ich bin gehypt. Ich habe noch nichts über den Song selbst gehört. Ich weiß nur, dass ihr gesagt habt, er wird mir sehr gefallen. Like-This-Like-Verhältnis ist sehr, 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 sehr strong. Und ich kann mir Capital und Angie sehr gut zusammen vorstellen. Ich habe den Song von Angie gehört. Der released wurde hier. Das war das allererste und einzige, was ich von ihm bis jetzt gehört habe, tatsächlich. Ich bin gespannt. Das fand ich sehr gut, muss ich sagen. Und ich bin jetzt gespannt auf Capital und Angie. Unter Verdacht. Weil ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein bisschen wieder in die Fresse geht, glaube ich. Weil ansonsten, Angie, Angie geht in die Fresse. Also zumindest der Song, den ich bei Capital auf dem Channel gehört habe. Das war der einzige, wie gesagt, den ich bis jetzt von ihm gehört habe. Schreibt mir da auch gerne andere Songs, die wir uns geben könnten noch. Das heißt, ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir eine Mischung aus dem neuen und alten Capital haben. Nur den neuen, nur den alten. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin sehr gespannt. Wir hören rein ganz kurz, aber das Video ist von Velvet Vision. Sagt mir auch nichts. Wir haben ein ganz neues Team am Start. Sagen wir alle nichts. Sagen wir alle nichts. Okay. Okay. Ja, bra. Hm. All right. Scheiße, wir stehen unter Verdacht. Wir gehen Benzer mit Sternen drauf. Verdacht, wir gehen groß an den Fack auf. Nie wieder bergab. Okay, ey, oha. Erstmal, der Beat ballert mies jetzt schon. Der Beat ballert mies. Und auch die Stimme von Angie finde ich sehr angenehm. Fand ich beim letzten Track schon sehr angenehm. Ey, nice, Mann. Nie wieder back up. Nie wieder bergab und nie wieder back up. Heute geht es bergauf. Also er ist nie wieder nur ein Backup-Rapper. Ja. Und es geht aber auch nie wieder bergab, sondern nur noch bergauf. Ey, schau viele Zeile von Angie. Finde ich nice. Nie wieder bergab. Heute geht es bergauf. Parallel dazu sitzen. Schwäche verwechselt man mit Freundlichkeit. We talk down. Oh, ey, dieser Beat ballert mies. Ey, ich finde schon nice, die Kaffee sich ready macht. Er macht sich ready schon. Er ist so... Wirklich spannend. Okay, okay. Erstmal, wie gesagt, monströser Beat bis jetzt. Angie hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Nichts überdimensional krasses, auch textlich nicht. Aber er kommt gut auf den Beat. Es ist ein gutes Feeling. Und ich bin zufrieden bis jetzt. Und ich bin zufrieden bis jetzt. Oh. Ey, das Comcom ist fucking nice. Oh. Oha, das ist nice. Das ist nice. Juck ist nice. Ey, Juck ist nice, man. Holy shit. Auch die Bridge davor. Nice. Ey, das ist der aggressive Kapital. Das ist der aggressive Kapital. Oh, ey, das ist nice Schlag doch Ey, das ist ein geiler Flow Ein geiler Einstieg für seinen Part Ein geiler Einstieg für seinen Part Ey, und Ist euch aufgefallen Das ist die Rapper Mittwoch Jacke Oder dieser Pullover bei Rapper Mittwoch Ey Ich hab früher diese Rapper Mittwoch Battles So gerne gesehen, Mann Und da hatte ich halt noch keine Ahnung, wer Kapital so ist Hatten wir alle nicht, oder was aus ihm werden würde, so mäßig Da war halt Einer von Rapper Mittwoch einfach so, wisst ihr So ein lustiger Ey Das ist doch die Jacke, oder nicht? Sie hat ja immer an So back to the roots mäßig ein bisschen Nice Ey, das ist nice, Mann Das geht ab, das geht in die Fresse einfach Ey, das hört sich auch gut an einfach Das hört sich einfach gut an Auf Rippe Oh, wie lange hab ich auch so ein O-Kolleg mal wieder vermisst Vorher einfach so ein O-Kolleg Einfach ein O-Kolleg reinhauen Warum nicht, Digga? Es fühlt sich echt so ein bisschen back to the roots mäßig an Man soll ja nicht immer sagen Ja, ich will den alten, weil Leute entwickeln sich weiter Aber es ist so der ältere Stil So ein bisschen, wisst ihr Es ist so dieser Auch wie er sich im Musikvideo bewegt Irgendwie als er im Auto saß und das gemacht hat Irgendwie Es kommt mir so ein bisschen Es ist Schön halt so ein Nostalgie-Flashback ein bisschen Ich find's bis jetzt sehr nice Ey, bis jetzt, ich muss auch einfach sagen Auf dem Beat kamen beide massiv krass drauf Auf diesem Beat kamen beide unendlich fresh drauf bis jetzt Und auch Kapitals Part einfach in die Fresse Nice, so weißt du, so richtig Es macht Bock auf mehr Ich hab jetzt Bock mehr von den beiden zusammen zu hören Wisst ihr, wie ich's mein? Auch Angies Part war strong, natürlich im Vergleich zu Kapital Der jetzt wieder mal ein Mörder-Part rauskommt Und meiner Meinung nach Jetzt nicht unbedingt tag sich wieder kein Meisterwerk Muss es aber auch gar nicht sein Es geht einfach ums Feeling, so wisst ihr Hier geht's nur darum, wie viel deine Kette wiegt Und ich höre überall Wieso released Angie auf seinen Kanal Ja Ist Angie jetzt bei Kapital Ja, Kollege, Messi spielt jetzt bei Real Oh Ey Ey, was ne geile Zeile Was ne geile Zeile Der Aufbau gerade war mega nice Und ich höre überall Wieso released Angie auf seinen Kanal Ja Ist Angie jetzt bei Kapital Ja, Kollege, Messi spielt jetzt bei Real Boah, ich hab Gänsehaut ein bisschen bei der Zeile Ich sag's ein bisschen, wie es ist Das ist ne geile Zeile so Von wegen, yo Wir haben die zwei Top-Clubs der Welt In Anführungsstrichen, kann man jetzt einmal sagen Ähm Natürlich gibt's noch Bayern und Stuff Aber er sagt einfach Real und Barcelona Ist so Königsklasse Ja, nicht ohne Grund so, ja Ähm Und stellt euch vor, so Ronaldo noch bei Real Und dann wechselt Messi Auch zu Real, man Ähm Also wenn Ronaldo auch bei Real wäre, ja Nice eine Zeile Gute Zeile, man Ein schöner Aufbau davon Auch geile 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 Pre-Hook hier Schlag-Doch Oh Heftiger Beat, heftiger Beat, heftiger Hook Sehr, sehr nice Part von Kapital Guter Part von Angie auch, muss ich sagen Die funktionieren sehr gut zusammen Und wir haben echt mal wieder was Old-Score-mäßiges In die Fresse rein einfach Nein Dieser Beat, dieser Beat ist ein anderes Level Einfach genießen ein bisschen Einfach genießen Heftig Heftig Props Einfach Props Einfach Props Einfach Props Einfach Props raushauen Holy Shit Einfach Props raushauen Damn Einfach Props Das war so gut Das macht so Bock auf mich Diese Energie Dieser Hunger irgendwie wieder Dieser Hunger wieder Die Jacke von Rapper Mittwoch Ich glaube zumindest, das war die Vielleicht irre ich mich Aber es sah so aus Vielleicht nicht genau die gleiche Aber so So mäßig so Wisst ihr Das hat mich so erinnert am Rapper Mittwoch Auch dieser Hunger Dieses Oh-Kolleg Einfach mal wieder reinhauen Diese Energie Wisst ihr Auch Angie's Part war sehr strong Die Hook hat mir sehr gut gefallen Dieses Komm, komm Sehr nice Ich bin sehr zufrieden Man Holy Shit Ich hab sowas nicht erwartet Ich hab mich schon gedacht Es muss ein bisschen mehr in die Fresse gehen Weil der letzte Track von Angie jetzt so war Aber das Capital jetzt Wieder so Back to the Roots mäßig unterwegs Das hat mich sehr gefreut Muss ich sagen Und der Beat war fucking heftig Also an Heiko und Dinsky Shoutouts des Todes Massiver Beat Freunde Lasst mir eure Meinung dazu unbedingt in den Kommentaren Da seht ihr es ähnlich Wie ich seid ihr auch so gehypt wie ich Oder ist es nicht so euers Lasst mich gerne wissen Ansonsten würde ich sagen Sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video Bleibt fresh So wie immer und ciao